Kommt ihr Victor Timely auch suspekt vor? Erscheint Obi nicht wie ein Imposter einer Among Us-Runde? Inwieweit kann Miss Minutes als Schaffung von Kang eine Rolle in diesem Konstrukt spielen? Und erscheint das Ganze nicht wie ein großer abgefuckter Loop? Nun, ich habe sehr viele Gedanken zur dritten Folge von Staffel 2 von Loki und diese teile ich mit euch in dieser Theorie der Woche. Hallo und willkommen an alle neuen und wiederkehrenden Personen, die hier zusehen. Mein Name ist Nadia, ich liebe Marvel, ich liebe Comics und ja, let's just dive in. In dieser Theorie der Woche befassen wir uns mit dem Machtgefüge der TVA und der Schaffung von der TVA sowie wer denn nun eigentlich dafür verantwortlich ist, dass diese TVA überhaupt existiert. Vor allem wer und was Einfluss auf das Zeitreisen hat, denn Kang erscheint etwas zu offensichtlich für dieses gesamte Konstrukt und ich glaube, da steckt noch viel mehr Verwirrung hinter. In diesem Video nehmen wir uns vier potenzielle Drahtzieher vor, die die TVA erschaffen sowie, äh, ja, kontrollieren können. Ich bin gespannt, wer es am Ende sein wird, ob es überhaupt einer dieser vier sein wird. Nummer 1, Victor Timely. Vielleicht gar nicht die Variante, die er uns versucht glauben zu lassen, die er ist. In der Folgenbesprechung, einmal mit Luke, aber auch in meiner eigenen Recap, die ihr vielleicht schon gesehen habt für mich, äh, ist die einmal oben und unten verlinkt. Ja, erscheint Victor Timely definitiv sehr unsicher und noch nicht so ganz Kang-mäßig, wie wir in Quantumania oder als He Who Remains kennengelernt haben. Es kann natürlich auch sein, dass Timely jeden einfach nur betrügt mit seinen Erfindungen. Wir haben ja schon gesehen, innerhalb der Folge von, äh, Folge 3, dass er hier und da so ein bisschen, ja, Leute abzockt, um sein Geld zu machen. Er hat natürlich gute und grandiose Ideen. Er hat, ich meine, das TVA-Handbuch aus dem Jahre 3000, mit Erfindungen aus dem Jahre 3000 irgendwas und hat natürlich im 19. Jahrhundert gerade mal einige Ressourcen, um eben sowas nachbauen zu können. Was für den Betrug aussprechen kann, ist, dass er einfach keine Partnerschaften eingehen möchte. Und das ist jeweils, was Ravonna Renslayer und Miss Minutes definitiv für sich haben wollen mit Victor Timely. Denn sie sehen in ihm schließlich den zukünftigen He Who Remains oder den zukünftigen Kang, der die TVA leitet und aufbaut und sonst was. Wir haben in Ant-Man Quantumania ja auch gesehen, wie er Janet von Dyn so ein bisschen verarscht. Er spricht nämlich, dass er keine Partnerschaften möchte. Und das spricht dafür, dass er in der Vergangenheit schlechte Partnerschaften gemacht hat. Ich meine, früher waren die ganzen Kangs, bevor sie den Kang aus Quantumania verstoßen haben, auch sehr gut miteinander und haben miteinander gearbeitet, bis sie ihn verstoßen haben. Ähnlich ist das Ganze ja auch mit Janet von Dyn passiert. Er hat ihr vertraut. Er hat ihr etwas aufgebaut. Und sie hat sich dann gegen ihn gestellt. Ich vermute, dass Victor Timely nicht wirklich Victor Timely ist, wie er ausgibt zu sein. Auch in den Comics ist Victor Timely nur ein Alias für Kang, der sich zurückzieht nach Chicago und eben das Alias annimmt und ein ganz anderes großes Imperium aufbaut, unter anderem auch Chronopolis. In der Post-Credit-Szene von Ant-Man and the Wasp Quantumania wird davon gesprochen, dass der im Exil gestorben sei. Hierbei könnte es sich um zwei Varianten handeln. Entweder sprechen sie von He Who Remains, der durch Sylvie's Hand in der ersten Staffel von Loki gestorben ist, oder es geht um den Conqueror, der der Janet von Dyn verarscht hat und von Scott umgebracht wurde. Die Frage ist, wurde er wirklich ausgelöscht oder wurde er nur durch das Quantum Realm irgendwo anders hingeschickt? Wurde er vielleicht in eine andere Zeit geschleudert? In einen anderen Raum? Vielleicht nicht unbedingt. Denn im Jahre 1868 befinden wir uns noch auf einer Sacred Timeline. Kann es sein, dass er eine zweite Chance bekommen hat, die er auch nutzen wollte? Bis man ihm, wie Sylvie sagt, mit dem Buch die Waffe gegeben hat, die ihn nicht mehr ungefährlich gemacht hat. Denn im Jahre 1893 sind wir nun auf einer Branch Timeline. War also das Einmischen von Ravonna der Auslöser für diese Branch Timeline? Wie kann er also nun derjenige sein, der die Fäden spinnt? Nun, vielleicht gibt es eine Variante von ihm, die He Who Remains oder den Conqueror wieder zum Leben erwecken wollen, damit dieser wieder mit ins Spiel steigen kann. Eine weitere mögliche Variante hierfür könnte genauso Immortus sein, denn wenn man genauer hinschaut auf den World Trade Fair im Jahre 1893, sehen wir auch ägyptische Symbole. Oh, und es wird noch viel komplizierter in diesem Multiversum im Zeitchaos. Aber damit ich den eigenen Überblick behalte, habe ich mein eigenes mechanisches Hilfsmittel. Hey, OB, kannst du das eben für mich einrichten? Oder ist der Loom wichtiger? Oh, ja, natürlich, der Loom ist wichtiger. Ich stelle ihn euch trotzdem einmal vor. Dieses Video ist mit der Unterstützung des neuen Produkts von Elgato, dem Promptor, entstanden. Das gesamte Ding wiegt 690 Gramm ohne Zubehör, hat eine USB-C-Schnittstelle. Das heißt, er wird direkt an den PC angeschlossen und erleichtert es einfach, Videocontent wie eben meine YouTube-Videos zu machen. Nutzbar ist der Promptor mit einer DSLR- oder DSLM-Camera oder zum Beispiel einer Webcam wie der Facecam Pro von Elgato selbst. Wer mehr über den Promptor wissen will, klickt am besten auf den Link, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Miss Minutes kommt gerade in dieser Folge sehr stark so rüber, als würde sie versuchen, die Ereignisse in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Sie will ganz augenscheinlich, dass wir einen neuen He Who Remains bekommen, der es aber bis zum Ende auch schafft und nicht umgebracht wird. Sie verfolgt aber auch andere Ziele, wie zum Beispiel einen eigenen Körper zu bekommen oder sich wenigstens einen auszumalen. Ich kaufe ihr allerdings nicht ganz ab, dass sie wirklich Victor Timely dafür braucht, denn sie ist eine künstliche Intelligenz, die auch viel mehr Wissen als Victor Timely hat und quasi gerade allmächtig ist, denn sie weiß alles, wirklich alles. Sie kann sich auch eigenständig durch Raum und Zeit bewegen, ohne Renslayer, denn diese kommt alleine im Jahre 68 an und Miss Minutes ist bereits da und wartet auf sie und schaut creepy um die Ecke, aber so richtig creepy. Miss Minutes kann scheinbar auch andere Formen annehmen, jedenfalls in der Größe und den Farben variieren. Das tut sie in dieser Folge, das demonstriert sie, aber der Körper ist augenscheinlich auch irgendwie immer noch eine Abbildung an der Uhr. Heißt das, dass sie immer noch an diese Form der Uhr gebunden ist? Könnte sie sich theoretisch einen eigenen Körper erstellen? Möchte sie einen wirklich menschlichen Körper? Sie hat scheinbar Wissen über alle und so wie sie mit Ravonna spricht, vor allem auch in der Zitadelle am Ende der Zeit, liegt die Vermutung nahe, dass sie Ravonna wahrscheinlich etwas offenbaren wird, was mit He Who Remains zusammenhängt und auch Ravonna betrifft. Und die Vermutung liegt nahe, dass sie Ravonna etwas über ihre Verbindung zu Kang offenbaren wird. Jedenfalls hängt es mit He Who Remains zusammen und mit der Zitadelle am Ende der Zeit. Was genau es ist, werden wir erfahren, hoffentlich in der kommenden Folge. Und die Frage bleibt, inwieweit zieht sie weitere Fäden? Was will sie jemand anderen blöd dastehen lassen? Oder möchte sie die Macht an sich selbst reißen? Braucht sie eine Person, die Gegenstände für sie bewegt und tatsächlich physische Handlungen macht? Denn ja, sie kann auf Objekten stehen, irgendwie, sie kann auch schweben. Aber so wirklich was in der Hand gehalten hat sie, glaube ich, noch nicht. Wir sehen schließlich auch, dass es Miss Minutes ist, die Victor Timely insoweit manipuliert, Ravonna wegzuschieben und ihr einen Korb zu geben dafür, dass sie eine Partnerschaft vorgeschlagen hat. Wenn wir die Idee aufsetzen, dass Victor Timely eigentlich die Kang-Variante, also Kang the Conqueror aus Ant-Man-Quantumania ist, wie wir ihn dort kennengelernt haben, können wir davon ausgehen, dass Miss Minutes eventuell den Council of Kangs kennengelernt hat. Dabei könnte es sein, dass sie vielleicht nicht einer Meinung war mit dem Council of Kangs. Was ist also, wenn sie mit Ravonna's unbewusster Hilfe dafür gesorgt hat, dass das TVA-Handbuch früh genug bei Kang landet, sodass dieser die TVA gründen kann und damit den Council of Kangs aufhalten kann? Und was ist, wenn man einzig und allein ihre Entstehungsgeschichte nicht prunen darf, damit sie eben nicht ausgelöscht wird? Bekommen wir eventuell Ultron 2.0? Was haltet ihr davon? Kommen wir mal von Miss Minutes zu ihrem Haustier, nämlich Ravonna Renslayer. Könnte es tatsächlich sein, dass Ravonna Renslayer die Drahtzieherin in diesem gesamten Komplott ist? Wir haben schon in einer der vorangegangenen Folgenbesprechungen über Ravonna und Kang gesprochen, sowie deren Beziehung innerhalb der Comics. In der ersten Folge von Loki Staffel 2 hören wir eine Aufnahme, in der Kang Ravonna als Wunder bezeichnet. In ihrer unmittelbaren Interaktion mit Victor Timely scheint sie von ihm durchaus angetan zu sein, jedenfalls interessiert genug. Durch eine List von Miss Minutes bricht Victor Timely diese Beziehung zwischen den beiden und das aufgrund dessen, dass er keinen Partner haben möchte. Und das könnte die wohl teuerste Entscheidung einer Kang-Variante gewesen sein. Denn nicht nur Kang, auch Ravonna ist in den Comics eine eigenständige Schurkin, nämlich Terminatrix. Sie kann also, wie am Ende der dritten Folge demonstriert, durchaus auch ihre echte Seite zeigen, ihre böswillige Seite zeigen und anders sein, als Loki, Sylvie, Mobius und Victor sie zuvor kennengelernt haben. Und wie sie Mobius, Loki und Sylvie auch mit dem Prototypen des ersten Zeitschabs bedroht und den typischen Villain-Talk gibt. Ist das nicht eigentlich schon wieder sus genug? Stützen können wir das Ganze noch mit einem anderen Handlungsstrang, in dem es auch eine Ravonna Rensselaer gibt, die eine Variante von ihm, von Kang, repräsentiert. Und nicht seine Geliebte. Dabei rechnet sie aber höchstwahrscheinlich auch gar nicht damit, dass sie und Miss Mindit sich gegenseitig irgendwo zuspielen, entgegenspielen, im Weg stehen, sich gegenseitig irgendwo manipulieren. Ich habe auch einiges gelesen, dass Victor der Sohn von Ravonna Rensselaer sein könnte. Und das wäre ein gewaltiger Oedipus-Komplex. Und wenn man das griechische Theater und die Antike kennt, weiß man, dass der Oedipus-Komplex ein sehr interessantes Konstrukt ist für Filme, Serien, aber auch Theaterstücke. Aber ich glaube nicht, dass das MCU so weit gehen wird. Nicht, solange Disney die Rechte an Marvel hat. Und das wäre schon ein Stück weit zu viel. Allerdings kann Ravonna jetzt nach dem Scheitern der Partnerschaft mit Victor am Ende der Zeit in der Citadelle etwas erkennen. Sie könnte eine Charakterwandlung von einem relativ neutralen Charakter in Richtung Villainform machen. Und egal, ob sie jetzt mit Miss Mindit zusammenarbeitet oder sie ihren alleinigen Werdegang macht, sie möchte die TVA führen, leiten und so formen, wie sie es gern haben wollen würde. Eine Partnerschaft, die doch tatsächlich zustande kommen kann, betrifft Obi. Obi wird uns als fröhlicher, gut gelaunter und voll großer Supporter der TVA dargestellt. Er macht alles ohne wenn und aber seit über 400 Jahren, bekommt nicht einmal ein Danke oder ein Hallo von Kollegen und Kolleginnen. Es schien ihm nicht wirklich viel auszumachen, dass Mobius ihn vergessen hat. Er ist sehr ehrlich und sehr quirky und nimmt alles mit der leichten Schulter. Und ich glaube, dass genau das noch einen krassen Twist mit sich bringen könnte. Was, wenn Obi und Victor aufeinander treffen? Und Victor träumt ja wirklich von diesem TVA-Handbuch und er Obi dann so anpreist und ihn als ja, gottähnliches Geschöpf ansieht, weil er halt all diese Sachen, die er in diesem Handbuch notiert hat, die Obi ja eigentlich von Ken hat. Was ist, wenn man genau das in irgendeine Art Partnerschaft zusammenwandeln oder binden kann, ohne dass sie es wirklich Partnerschaft nennen, aber dass die beiden voneinander so fasziniert sind, dass sie anfangen, irgendwas Großes auf die Beine zu stellen? Größer als der Loom, größer als der Webstuhl. Da bleibt die Frage, inwieweit kann Victor dann Obi dazu manipulieren, ihm alles an Technologie zu geben, die er braucht? Denn wir wissen die ganze Zeit, Victor hat das Wissen, er hat das TVA-Handbuch, aber er ist im 19. Jahrhundert und kann nun mal eben nicht viel zwischen Pferden und Kutschen anstellen mit dem Wissen aus dem Jahre 3000. Was ist, wenn genau das Ankommen in der TVA der Schlüsselpunkt ist und Obi, bewusst oder auch unbewusst, Victor alles in die Hände gibt, was er braucht und damit Komplize wird? Könnte Obi vielleicht auch eigenständig etwas vorhaben mit der Zeit, diese zu manipulieren? Oder sie so zu richten, wie er es haben will? Oder irgendwas anderes er wird anstellen? Könnte die Metapher von Ouroboros und der Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, eine größere Bedeutung haben? Könnte der Loom so arbeiten, dass die Zeit sich selbst in den Schwanz beißt und sie in einer verdammt langen und nicht auszubrechnenden Zeitschleife landen? Das wäre jedenfalls eine Multiversen-Katastrophe, die auf jeden Fall was Großes für das Ende der Staffel heißen könnte. Wenn man bedenkt, dass Marvel Studios ja jetzt darauf erpicht ist, längere Serien zu machen, also Serien mit mehreren Staffeln. Ich weiß, ich habe sehr viele Stränge wieder gezogen und ich denke wieder viel zu weit. Für euch wahrscheinlich so, guckt doch einfach aus dem Fenster und freu dich, dass die Sonne scheint. So bin ich leider nicht. Was sind eure Gedanken? Denke ich zu kompliziert, habe ich irgendwen vergessen, der die Drähte ziehen könnte? Könnte auch Sylvie eine sabotierende Kraft in dem Ganzen sein? Denn schließlich taucht sie immer dann auf, wenn es Loki und Mobius gerade nicht so ganz passt. Lasst mich eure Gedanken gerne in den Kommentaren wissen, vergesst nicht zu liken und auch meine anderen Kanäle zu durchforsten, die sind unten in der Infobox verlinkt und vergesst natürlich auch nicht zu abonnieren, um die Recap-Folge der vierten Folge am Freitag oder Samstag nicht zu verpassen. Bis dahin bleibt gesund und bis bald.